Moin Freunde, ich bin Sven, der Invest-Ingenieur. Ihr habt mich gebeten, ein Update-Video zu Medical Properties Trust zu drehen. Und da lasse ich mich natürlich nicht zweimal bitten, dem komme ich gerne nach. Bietet sich heute auch an, denn frisch sind die Quartalszahlen eingetroffen. Wie immer gilt, das ist keine Form der Anlageberatung, nur meine eigene Meinung und Abfahrt. Ja, hier sind wir schon auf der Webseite von Medical Properties Trust. Wir springen einmal kurz zurück zum Chart hier und mein Video habe ich etwa aufgenommen. Ich muss mich noch ein bisschen bewegen hier am 4. August. Wir scrollen mal ein bisschen weiter noch hier in den Chart rein. Ich mache mal kurz die Werbung weg. Die springt leider immer rein, wenn man da mal den Tab wechselt. Und ich habe mich wie immer vergessen anzumelden. Und wir waren hier, glaube ich, etwa genau am 2. August. In dem Bereich war es hier 16 US-Dollar, fast 17 US-Dollar stand die Aktie noch. Und hat inzwischen doch ein bisschen was verloren. Wir gucken uns das Ganze mal an. Wie viel hat sie seitdem verloren? Naja, doch gute 30%. Woran liegt das? Was sind die Probleme? Warum bin ich mir trotzdem sicher? Darum soll es jetzt ein bisschen gehen. Und der erste Punkt ist natürlich völlig klar. Medical Properties Trust ist als REIT verschuldet. Zuletzt beim Video war es beim 6,3-fachen. Das hat sich etwas verändert. Aber das drückt natürlich erstmal zinstechnisch, drückt das an der Stelle die Bewertung. Das ist völlig klar. Viele von den REIT-Aktien korrigieren momentan. Schlicht aber auch einfach, weil die Anleger in diesen schwierigen, doch etwas unsicheren Zeiten mit Krieg, Inflation und Co. auch in sicherere Asset-Klassen flüchten. Das heißt, die Aktienbewertung sinkt generell und damit auch der Kurs. Und das trifft auch Medical Properties Trust so als zweiten Grund. Ja, und dann hat man ein paar Probleme. Und welche Probleme sind das? Die sind mit einem der Mieter, mit dem Hauptmieter, mit Stuart Healthcare. Wir gucken zunächst einmal, wo Stuart Healthcare so die Krankenhäuser betreibt. Das sind ein paar mehr bei Stuart Healthcare. Die machen so gute 30% aktuell Stand heute, also Stand neuer Quartalsbericht der Krankenhäuser aus. Und zunächst, ja, ich würde jetzt ein bisschen gemischt darüber sprechen. Einmal so ein bisschen die Probleme, aber auch schon die Lösungen. Hier kann man auf der Karte relativ gut sehen, die sind alle in den USA. Ich habe mir das auch mal näher angeguckt. Ich habe mir auch schon mal Meinung von Analysten, besonders aus den USA, dazu durchgelesen. Und man ist sich hier einstimmig der Meinung, auch wenn Stuart Healthcare ein finanzielles Problem ist, bisher die Miete aber noch zahlt, muss man auch dazu sagen. Was passiert denn im Worst Case? Im Worst Case können diese Krankenhäuser nicht mehr betrieben werden. Das heißt, der Betreiber ist pleite. Damit würde auch Medical Properties Trust wahrscheinlich keine Miete mehr bekommen. Nun, wenn man sich denn diese Berichte anguckt, wenn man auch so ein bisschen mal recherchiert, man kann sich auch so ein Krankenhaus nehmen, dann mal googeln, wo liegt das, wo sind Krankenhäuser in der Nähe. Dann findet man raus, die sind systemrelevant. Das ist erstmal so meine Einschätzung, was ich so geguckt habe, aber auch was man vielfach liest. Heißt also im Worst Case, würde dann hoffentlich auch schnell ein anderer Betreiber oder vielleicht Vater Staat, in dem Fall Onkel Sam einspringen müssen. Denn sonst hat man natürlich auch die Proteste, die Leute beschweren sich, die Krankenversorgung ist nicht mehr sichergestellt. Und das stimmt mich erstmal an der Stelle auch relativ positiv. Was mich grundsätzlich zu Medical Properties Trust auch positiv stimmt, ist, dass zuletzt einer der Betreiber pleite gegangen ist. Moment, warum stimmt mich das positiv? Naja, erstmal ist das natürlich eine schlechte Nachricht. Zwar ein kleinerer Betreiber hier an der Stelle, aber was bei dem interessant ist, also der hat wenig Auswirkungen auf Medical Properties Trust erstmal an der Stelle, das ist erstmal wichtig, der ist pleite gegangen. Und in dem Bericht, den er zu ausfüllen muss, das ist hier dann immer, steht hier auch schön, Chapter 11, Bankruptcy Protection, was man da ausfüllen muss, da steht ganz klar drin, man hat Probleme mit Krankenhäusern gehabt, aber die, die von Medical Properties Trust geleased waren, die waren sehr profitabel. Das spricht zumindest für mich zum einen an der Stelle dafür, dass man die auch relativ schnell weiter vermieten kann und zum anderen auch grundsätzlich für die Arbeit des Managements an der Stelle, dass man also auch schon gezielt und gute Kliniken auswählt. Ja, dann noch zum Thema kurz der Verschuldung, bevor ich gleich nochmal in die Quartalsberichte mit dir zusammen gucken möchte und dann nochmal zum Thema Chart. Grundsätzlich hat man zuletzt auch seine Schulden reduzieren können um 457 Millionen. Das ist hier eine Meldung vom 6. Oktober von Medical Properties Trust und da wurde eben Krankenhäuser, die 2019 gekauft wurden, wieder verkauft. Einkaufs- und Verkaufspreis waren etwa gleich hoch. Ja gut, vielleicht hätte man noch mehr raushandeln können. Das ist dann immer so, kann ich dann zu wenig zu sagen. Aber 104 Millionen wurden in der Zeit zum Beispiel durch Mieteinnahmen generiert. Das finde ich erstmal grundsätzlich sehr gut. Und was eben hier auch nochmal schön ist und was mich positiv stimmt, die Immobilien, zumindest die, um die es hier geht, waren in der Zeit wertstabil und das kann man natürlich auch sagen, Das ist dann vielleicht auch bei den anderen so. Und wir haben ja auch gerade gesehen, trotz bei diesem Pleitemieter, auch da waren die Krankenhäuser sehr rentabel. Also grundsätzlich erstmal Nachrichten, die mich dann doch eher positiv stimmen. Ja, gucken wir dann mal zusammen weiter in die aktuellen Quartalsberichte. So, jetzt machen wir hier so eine Doppelfenstertechnik. Links habe ich den von Q2 2022 und rechts den aktuellen von Q3. Und wenn wir erstmal scrollen, sehen wir, es hat sich natürlich was verändert von 447 Properties auf der linken Seite zu 434. Sie haben also ein paar Eigentüme, ein paar Immobilien verkauft und die Bettenanzahl hat sich auch ein bisschen reduziert. Zwei US-Staaten weniger. Ja gut, das ist erstmal nicht so wild. Gucken wir mal hier auf die erste spannende Seite. Und was sehen wir hier? Ich zoome jetzt mal ein bisschen größer. Es ist jetzt ein bisschen schwierig, weil wir natürlich zwei Berichte nebeneinander hier haben an der Stelle. Was man erstmal sieht, ist positiv ganz unten. Die Adjusted Funds from Operations sind leicht gestiegen. Zwar nur um 1 Cent, aber das ist an der Stelle ja auch schon viel, wenn ich 1 Cent pro Aktie quasi mehr eingenommen habe. Das ist ja immer ein Per-Share-Wert, also pro Aktie. Das ist erstmal sehr positiv. Grundsätzlich sind sie gesunken, die normalen Funds from Operations, auf 0,42 von 0,46. Hier sehen wir aber so einen Punkt, Right of Recovery of Straight-Line-Rent and Other. Was verbirgt sich dahinter? Das ist quasi ein Wert, wenn wir, das ist also hier die normalisierten Funds from Operations, da wird quasi das so gerechnet, dass es besser vergleichbar ist. Und weil man nun also Immobilien in der Zwischenzeit verkauft hat, ist das quasi das, was an der Miete fehlen würde, dass man so einen besseren Vergleichswert hat. Und auf Vergleichsbasis sind eben die Funds from Operations einmal zum Vorjahr gestiegen um 2 Cent, aber auch zum letzten Quartal. Und das ist erstmal grundsätzlich, finde ich, sehr positiv. Dann ja, wie gesagt, wir haben es gesehen, Freunde, sie haben etwas verkauft und wir sehen hier, die Verschuldung ist gesunken. Wir waren vorher bei 10, ich müsste Milliarden sein, ich hoffe, Milliarden ist jetzt richtig, wenn nicht, seht es mir bitte nach, auf 9,5 Milliarden. Also hier doch, ja, beträchtlich gesunken, etwa 5 Prozent. Finde ich auch sehr gut, finde ich, stimmt mich positiv in diesen Zins, ja, diesen zinslastigen Zeiten. Und das ganze Ergebnis sehen wir natürlich auch nochmal hier. Wir waren vorher mit dem 6,3-fachen zum EBITDA verschuldet. Ein Wert, der aus meiner Sicht doch auch eher kritisch hoch schon ist, also im deutlich gehobenen Bereich. Bei REITs kann man ja bis 8 hochgehen. Ich persönlich sage, also unter 6,5, besser unter 6 sollte es sein. Und jetzt sind wir zumindest aktuell wieder unter 5, also unter 6 mit 5,8. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Ja, gucken wir dann mal weiter. Hier haben wir was zum Thema Mietverträge. Durch diese Verkäufe relativ spannend. Gut, da hat sich das jetzt ein bisschen verschoben. Jetzt haben wir tatsächlich den Groß der Mietverträge sogar noch länger. 34% sind also bis 2032. Das heißt im Bereich ja etwa 10 Jahre Laufzeit. Das heißt auch diese Planungssicherheit. Ein ganz wichtiger Punkt, Freunde. Die Planungssicherheit ist gegeben. Auch das stimmt ja auch erstmal positiv. Natürlich weiß man immer nicht, ob ein Mieter vielleicht pleite geht oder sowas. Klar, aber grundsätzlich man hat die Verträge und das ist doch auch schon mal was. Ja, wir können hier doch nochmal die Assets sehen. Was wurde also verkauft? Ein paar von diesen allgemeinen Krankenhäuser hier mit 14 Stück. Aber wer das sehen möchte, guckt euch das gerne im Detail an. Die Berichte liegen ja alle vor. Da wollte ich jetzt nicht so detailliert drauf eingehen. Hier finde ich es dann schon etwas spannender. Und das ist was, was mir tatsächlich hier nicht so gut gefällt. Oder erstmal vielleicht mit dem Punkt, der mir gefällt. Wir sehen hier also nicht diesen Mieter, der pleite gegangen ist. Jetzt muss ich überlegen. Pipeline, Hellske, ich sage gar nicht. Der ist auf jeden Fall hier nicht mit dabei. Der zählt also zu den 49 vom Rest vom Schützenfest. Das ist erstmal positiv. Das heißt, wir wissen, der hat relativ wenig Auswirkungen auf Medical Properties Trust. Was mir nicht so gut gefällt und wir sehen hier die Percentage der Revenues, also der Umsätze, waren wir hier bei Stuart Hellske vor bei 27,8% in Summe. Und jetzt sind wir hier bei 29,5%. Wie gesagt, man hat das hier so ein bisschen geschickt aufgeteilt. 6,6, 8,6, 5,7 und so weiter. Damit das nicht so schlimm aussieht. Aber natürlich ist das in Summe ein Unternehmen. Und die Abhängigkeit ist hier tatsächlich nochmal gestiegen. Das, Freunde, gefällt mir wirklich nicht ganz so gut. Hier muss man sehen, dass man unabhängiger davon wird. Das ist natürlich auch nicht so einfach jetzt, den Hauptmieter dann auch irgendwie zu verärgern oder sowas. Aber bitte, nur mal sicher, denkt auch an die Anleger. Und das, ja, das würde ich auch, das sehe ich auch weiterhin sehr kritisch. Und das werde ich auch weiterhin kritisch hier beäugen und kommentieren. Ja, wir können natürlich das Portfolio jetzt nochmal weiter angucken. Wir sehen dann eben auch hier eine Nachbundesstaaten, nach Ländern hier. Deutschland ist auch mit dabei mit 5,6%. Ist ja auch ein bisschen gestiegen, weil man natürlich US-Eigentum verkauft hat. Wir sehen es hier USA vorher mit 65,7%. Jetzt nur noch 68,3%. Ist aber an der Stelle eigentlich eher negativ. Es klingt zuerst mal schön diversifiziert. Aber wir werden den Effekt haben, dass die Einnahmen aus Deutschland und Co. durch den starken Dollar natürlich mehr an Wert verlieren. Aber das sind dann einfach so ein paar Verschiebungen, die muss man dann mitnehmen. Ja, wir haben hier noch mehr Daten. Ich überlege, was wir hier nochmal Schönes zeigen können. Hier sehen wir dann tatsächlich, wie rentabel die Krankenhäuser sind, auf Basis des EBITDA und wie die Miete davon gedeckt ist. Aber auch da wollte ich jetzt nicht so im Detail einsteigen. Ich gucke mal. Genau das ist, glaube ich, der Punkt, den ich hier gleich nochmal zeigen wollte. Er ist etwas weiter unten. Dafür gucken wir einfach mal nur in den aktuellen Bericht rein. Das macht das auch etwas einfacher. Und das ist hier der Punkt, der mich wirklich auch nochmal stört. Hier haben wir Interessenskonflikte. Es wird aktuell unter anderem in Stuart Healthcare auch investiert. Mit hier einmal 360 Millionen, hier nochmal 140 Millionen. Und das natürlich schon, finde ich, eine schwierige Sache an der Stelle, wenn ich meinem Hauptmieter, der auch so ein bisschen verschuldet, ist auch noch Geldleihe an der Stelle. Also das wirklich tatsächlich eher schwierig. Ja, ansonsten, was wir eben hier noch sehen, die Assets sind gesunken. Also man hat weniger Immobilienvermögen. Das ist aber auch ganz klar. Es wurde eben auch an der Stelle etwas verkauft. Ja, Schulden, wie gesagt, können wir hier auch sehen. Die Nettoverschuldung ist gesunken. Also das, wie gesagt, ja auch an der Stelle wenig überraschend durch den Verkauf. Bringen wir nochmal hier in den Chart rein, was man eben doch zuletzt gesehen hat. Da gab es hier etwas Angst. Da hatte ich auch bei Instagram eine längere Story zu gemacht. Da hatten wir diese starke Verkaufskerze. Woher kam das? Naja, man hat schon Schlimmstes befürchtet bei Medical Properties Trust. An dem Tag haben quasi Konkurrenten aus der Peer Group von Stuart Healthcare ihre Zahlen geliefert. Und das hat dann eben auch auf Stuart Hales und damit auf das Real Risiko von Medical Properties Trust gedrückt. Heute auf jeden Fall. Die Zahlen kommen sehr positiv an. Ich habe es ja gerade auch gesagt. Wie gesagt, die Dividende ist weiterhin gedeckt. Die Schulden wurden reduziert. Die Miete wird weiter gezahlt. Also für mich erstmal grundsätzlich positive Nachrichten an der Stelle. Und ja, der Markt reagiert auch positiv. 4% machte die Aktie heute. Tendenziell, ja, mein Fazit. Es bleibt ein Hochrisikowert. Das habe ich vielleicht letztes Mal nicht auch ganz klar und deutlich gesagt. Das Unternehmen hat momentan seine Probleme. Und die sind auch aus meiner Sicht aber fair genug eingepreist. Wir gucken gleich nochmal auf das Price-to-Book-Ratio. Aber ich finde, wie gesagt, sie sind fair eingepreist. Die Aktie ist ganz schön abgestraft und runtergeprügelt worden. Und aus meiner Sicht sind diese Risiken, ja, sie sind da. Sie sind real, sie sind realistisch. Aber sie sind eben, wenn man sie genau betrachtet, aus meiner Sicht auch nicht ganz so hoch. Deswegen sehe ich hier weiterhin auch keine Anlageberatung, fair bewertet und ein ganz klarer Kauf. Ich selber habe zuletzt auch noch nachgekauft. Aktuell nicht mehr, weil einfach dann mein Positionsmanagement im Depot nicht mehr stimmen würde. Und dann wäre Medical Properties Trust einfach viel, viel zu hoch bei mir gewichtet. Hier nochmal der letzte Punkt, den ich euch zeigen wollte. Wir sind hier gerade auf der Seite von Makro-Trends und wir sehen hier das Price-to-Book-Ratio. Hier sehen wir quasi die Kursentwicklung. Achso, das ist immer Trailing 12-Months, also die letzten 12 Monate gerechnet. Und wir sehen hier eben den tatsächlich Absturz, die Halbierung der Aktie von 22,4 US-Dollar auf 10,85. Stimmt hier nicht ganz, sie ist heute wieder gestiegen, aber das sind natürlich immer die Daten vom Vortag. Was wir eben aber auch sehen, der Buchwert ist immer weiter gestiegen und aktuell sind wir hier bei einem Price-to-Book-Ratio von 0,73. Und wenn wir eben zurückgucken, natürlich, wir haben wie gesagt diese Risiken. Auf diesem Level waren wir zuletzt am 30.09.2012 und damit auf 10 Jahre Sicht ist diese Aktie auf Basis ihres Preis-Buch-Verhältnisses tatsächlich wirklich extremst günstig. Wie gesagt, für mich da ein spannender Einstieg. Ja, das zu meinem Abschluss. Wir haben über die Risiken gesprochen, wir haben über die aktuelle Situation gesprochen. Das Unternehmen ist hart abgestraft, die Risiken sind da. Das ist hauptsächlich der Mieter, es ist aber auch die Verschuldung. Gleichzeitig habe ich auch so ein bisschen über meine Einschätzung der Lage gesprochen. Ich sehe es nicht so kritisch. Ich habe euch das auch begründet. Jetzt seid natürlich auch ihr selber im Zug. Ihr müsst euch überlegen, passt dieses etwas risikobehaftete Anlage, passt die zu mir, passt dieses Investment zu mir? Wie schätze ich selber die Lage ein? Ich tue heilig hier noch meine Meinung, das ist keine Anlageberatung und insofern wünsche ich euch, wenn ihr auch investiert, ein glückliches Händchen. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald, macht es gut. Ciao, tschüss.